Wie lange bist du jetzt Single? Ich? Ich bin Single eigentlich seit immer. Ich sag doch, ich würd mich auch schon gerne binden, aber man muss halt immer gucken, ob es passt. Bei mir auch, das ist heutzutage eh. Und ich bin so, man muss immer gucken, ob es passt. Wenn es nicht passt und es ist easy locker, wenn es passt, passt es immer. Ich bin super glücklich, nette Frau. Genau, ich hab hier direkt mein Interesse bekundet und sie hat es auch bis jetzt zurückbekundet. Und ja, wir lernen uns weiter kennen. Boah, ich werd hier komplett aus Fakur abgestempelt, komplett. Kann dir auch scheißegal sein, ganz ehrlich. Hä? Juck doch keinen. Bis jetzt. Bis jetzt heißt nicht gut. Das ist so wie scheiße. Oh mein Gott, das ist schon wieder so ein Ding, was ich meine. Voll ignorieren, was ich sag, so ey. Einfach anfangen. Also der Kuss hat sich intensiv angefühlt und hat auf jeden Fall gepasst. Willst du mitlachen? Ich bin nicht so einer. Willst du auf den Chip? Nee, danke. Die Klischerei war intensiv und schön. Jetzt hast du den ersten Kuss zerstört. Wie? Hä, warum? Warum? Ich dachte so richtig romantic und so. Ja, das kommt noch. Das kommt oben. So richtig romantic kommt oben. Eigentlich fand das eigentlich schon romantisch. Mit so'n Chip. Mit so'n Chip. Weißt du, mit so'n Chip. Vor allem, er erzählt so über seine Probleme so. Okay. Muss Julius halt woanders jammern? Hallo, ich will nicht wie die anderen sein. Nein. Oh mein Gott. Guck mal, ich hab das erste Tag mit uns an die Funktionierung gemacht. Und seit dem Jahr nicht mehr mit niemandem. Ich hab mit niemandem irgendwie irgendwas oder irgendwas, sag ich dir ganz ehrlich. Mit gar keiner. Ich bin keiner, der irgendeine Leute verarscht oder irgendwas. Weißt du? Muss ich nicht. Bin immer offen. Und auch wenn so, wenn du irgendwas anderes wie so, musst du immer offen kommunizieren. Dann kann ich dir immer sagen, oder kann man immer sagen, was so die Lage ist. Checkst du, was ich meine? Aha. So. Ich mach mir keinen Stress, ich lass mir alles offen. Wenn's läuft, dann läuft's. Wenn nicht, dann nicht. Dann Pech. Kannst du noch trinken eigentlich? Oder nicht? Hm. Boah, ne, ich nicht. Kann auch hochgehen, so wie du willst. Sleepy. Ja. Chillen. Chillen. Schon klar. Naja, Hauptsache es wird niemand schwanger. Ebenfalls wichtig, die vorbereitende Körperhygiene. Da kann man last minute noch viel retten. Also, viel Spaß beim Chillen. Ha, Essen ist der Sex der Sexlosen. Ich weiß nicht, ob du den ersten Kuss verkürzt. Das war gar nicht der erste Kuss. Das waren nur Chips gegen Chips, weißt du? Ja. Das war der erste Kuss. Der wollte ich dir natürlich in meinem Zimmer und in meinem Bett zeigen. Nein, der erste Kuss ist nüchtern. Hm? Okay, der erste Kuss ist nüchtern. Alright. Das akzeptier ich auch, okay? Okay. Okay. Check it out. Check it out.